Hallo, hier ist wieder live aus dem Deutschen Bundestag Dietmar Friedhoff. Auch heute ging es im Deutschen Bundestag wieder um das Thema CO2, um das Thema Umweltpolitik, um das Thema Klimapolitik. Leider Gottes wird eines der schwerwiegendsten Punkte in den seltenen Fällen nie erwähnt. Es ist der enorme Bevölkerungsanstieg in dieser Welt. Und wenn wir diesen Bevölkerungsanstieg immer weiter ausklammern, wird das letztendlich zu einer großen Umweltkatastrophe führen. Dieses Mehr an Mensch möchte essen, trinken, sich gesund ernähren, es möchte mobil sein. Und wenn wir das nicht in den Fokus aller unserer Ansichten stellen, wie viel Erde kann Mensch, werden wir nie eine vernünftige Antwort auf alles geben können, was mit Umwelt und Klima zu tun hat. Deswegen lassen wir uns anfangen, ehrlich zu diskutieren um das, was wirklich beantwortet werden muss. Jetzt für die Zukunft. Wie viel Mensch kann Welt? Wie viel Mensch kann Weltkatastrophe in den Fokus auf 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 den Fokus auf